Die treibenden Mächte der antichristischen Zeit, Christus mit seinen Getreuen und Satan mit seinen Helfeshelfern, Satans Feindschaft wider Gottes Volk und seinen Geseibten, sein Sturz aus dem Himmel und sein letztes Wüten gegen die Gottesgemeinde auf Erden. Es erschien dann ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war guter Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und Kindesnöten. Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen am Himmel, ein großer feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und sieben Königskronen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte den dritten Teil der Sterne vom Himmel weg und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor die Frau, die in Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Heiden mit eisernen Stabe weiden soll. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Da floh die Frau in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, um sich dort zwölfhundertundsechzig Tage lang verpflegen zu lassen. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache und seine Engel setzten sich zur Wehr. Doch gewann sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht länger im Himmel. So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die der Teufel und Satan heißt, der Verführer der ganzen Welt, auf die Erde gestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist erschienen das Heil, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Gewalt seines Gesalbten. Denn gestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat, Tag und Nacht. Diese haben ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses überwunden und haben ihr Leben nicht bis in den Tod geliebt. Darum freut euch, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist nun zu euch hinabgekommen mit gewaltigem Grimm, weil er weiß, dass seine Zeit bald abgelaufen ist. Als nun der Drache sich auf die Erde hinabgeworfen sah, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Da wurden der Frau die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte fliege, wo sie fern vom Anblick der Schlange ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr lang verpflegt wird. Da spiel die Schlange aus ihrem Rachen Wasser hinter der Frau her wie einen Strom, um sie mit der Flut wegzuschwemmen. Doch die Erde kam der Frau zur Hilfe, indem sie ihren Mund auftat und den Strom verschluckte, den der Drache aus seinem Rachen ausgespien hatte. Da geriet der Drache in Wut über die Frau und ging hin, um Krieg mit den übrigen von ihren Angehörigen zu führen, die die Gebote Gottes beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Die beiden Tiere des Satans, der Antichrist und sein Prophet, das zehnhörnige und siebenköpfige Tier aus dem Meer. Ermahnung zur Standhaftigkeit Hierauf trat ich an den Strand des Meeres. Da sah ich aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Das hatte zehn Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Tatzen waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der Drache gab ihm dann seine Macht, seinen Thron und große Gewalt. Dazu einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode geschlachtet war, dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Da sah die ganze Erdbevölkerung dem Tier mit staunender Bewunderung nach und man betete den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gegeben hatte und man betete auch das Tier an mit den Worten, Wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen ausstieß. Und es wurde ihm Vollmacht erteilt, es 42 Monate lang so zu treiben. Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen wieder Gott, um seinen Namen und seine Wohnung, nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. Auch wurde ihm gestattet, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften verliehen. So werden ihn denn die Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Wer ein Ohr hat, der höre. Wer andere in Gefangenschaft führt, soll selbst in Gefangenschaft wandern. Wer mit dem Schwert tötet, soll selbst durch das Schwert umkommen. Hier ist die Standhaftigkeit und die Glaubensfestigkeit der Heiligen erforderlich. Das zweihörnige Tier aus der Erde Die Zahl 666 Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Das hatte zwei Hörner wie das Lamm, redete jedoch wie ein Drache. Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. Auch tut es große Wunderzeichen, sodass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt und verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenden Gabe vor den Augen des Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu auffordert, dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild zu machen. Darauf wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar sprechen konnte. Und es erreichte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten wollten. Auch bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven dazu, sich ein Mahlzeichen auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn anzubringen. Und niemand soll kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Mahlzeichen an sich hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Wer Verstand hat, rechnet die Zahl des Tieres aus. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Das Walten Christi, wieder den Antichrist. Das Lamm und die ihm angehörende jüdische Gemeinde auf dem Berge Zion. Nun hatte ich ein Gesicht. Ich sah das Lamm auf dem Berge Zion stehen und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel wie das Rauschen großer Wasser und wie das Rollen eines gewaltigen Donners. Zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie das Spiel von Sängern die Lieder zur Harfe vortragen. Sie sangen gleichsam ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die aus der Zahl der Erdenbewohner erkauft worden sind. Diese sind es, die sich nicht mit Weibern befleckt haben, denn sie sind jungfräulich geblieben. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch gehen mag. Diese sind aus der Menschheit als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm erkauft und in ihrem Munde ist keine Lüge gefunden worden. Sie sind ohne Fehl. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und zwar allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Botschaft zu verkündigen hatte. Er rief mit lauter Stimme, Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Hinter ihm kam noch ein anderer, zweiter Engel, der rief, Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker von dem Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen. Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen, der mit lauter Stimme rief, Wer das Tier und sein Bild anbetet und sein Mahlzeichen an Stirn oder Hand annimmt, der soll gleichfalls von dem Zorn meines Gottes trinken, der unvermischt im Becher seines Zornes hergestellt ist und soll mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes gepeinigt werden. Der Rauch von ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Sie, die das Tier und sein Bild anbeten und alle, die das Mahlzeichen seines Namens an sich tragen. Hier muss ich die Standhaftigkeit der Heiligen zeigen, die da treu bleiben dem Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus. Da vernahm ich eine Stimme vom Himmel her, die mir zurief. Schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, so spricht der Geist. Sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug auf dem Haupt eine goldene Krone und hatte eine scharfe Sichel in der Hand. Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel heraus und rief dem auf der Wolke Sitzenden mit lauter Stimme zu. Leg deine Sichel an und beginne die Ernte, denn die Zeit zum Ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren und die Erde wurde abgeerntet. Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel heraus, der gleichfalls eine scharfe Sichel hatte. Und noch ein anderer Engel kam vom Altar her, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme die Worte zu. Leg deine scharfe Sichel an und ernte den Fruchtertrag von dem Weinstock der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Da ließ der Engel seine Sichel über die Erde fahren, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Zorneskälter Gottes. Hierauf wurde die Kälter draußen vor der Stadt getreten. Da floss Blut aus der Kälter hervor bis hinauf an die Hügel der Rosse, sechzehnhundert Stadien weit. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon, strebe nach dem Weg der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit würde ich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de